Wie gefällt Ihnen die heutige Veranstaltung hier in der PNM Lounge in Berlin? Also die Veranstaltung gefällt mir sehr gut. Ich bin zum ersten Mal jetzt hier vor Ort. Gerade die PNM Lounge hier mit der Einrichtung aus den 60er Jahren ist so belassen worden. Das hat mich sehr beeindruckt und sehr schönes Ambiente hier. Was halten Sie von Bending Check und vom jährlich stattfinden an Bord? Also halte ich sehr viel von, gerade weil die Kunden befragt werden nach den diversen Produkten, nach deren Meinung, nach deren Wünschen und ja, das finde ich sehr wichtig. Gerade im Vergleich auch mit anderen Mitbewerbern und zu sehen, was die Kundenwünsche sind, das finde ich sehr, sehr wichtig. Würden Sie Bending Check und den Award auch weiterempfehlen? Definitiv würde ich das weiterempfehlen, weil ich das eine gute Sache finde. Gerade diese Online-Portale werden immer wichtiger und von den Kunden sehr stark angenommen und das ist eine gute Sache, die ich definitiv weiterempfehlen kann. Ich muss Sie dann wahrscheinlich gar nicht fragen, ob Sie im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen. Nein, sicherlich werden wir dabei sein wollen. Uns hat das Ganze sehr gefreut und diese Online-Umfrage, dieses Bending Check wächst und wächst. Die Nachfrage steigt und wir werden definitiv dabei bleiben und auch im nächsten Jahr. Wie wichtig sind Ihnen die Meinungen und Erfahrungswerte Ihrer Kunden auf Bending Check? Ja, die Meinungen sind uns sehr wichtig. Also wir sind ein Online-Broker, der gerade für den Retail-Kunden da ist und wir gehen auf die Meinung explizit ein und werden auch bestimmte Dinge umsetzen, wo wir merken, das geht in die eine Richtung und da müssen wir vielleicht was verbessern. Sei es technische Dinge, sei es Dinge, was Konditionen angeht und so weiter. Und das Feedback direkt vom Kunden ist eigentlich das Wichtigste, was man bekommen kann. Und deswegen nehmen wir auch teil und nehmen das sehr, sehr ernst. Herzlichen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank. Danke. Danke. Danke.